Ich bin Christian Hirte, seit 2008 Mitglied des Deutschen Bundestages. In der Landesgruppe Thüringen kümmere ich mich um alle übergeordneten Themen mit Bezug auf Thüringen, so etwa auch um das Thema Schlösserstiftung. Der Deutsche Bundestag hat 100 Millionen Euro bewilligt, die mit weiteren 100 Millionen Euro Kofinanzierung aus dem Freistaat Thüringen dazu dienen, um unsere alten Schlösser und Burgen und Gärten zu ertüchtigen und zu renovieren. Bis zur Hälfte des Geldes soll dem Schloss Friedenstein in Gotha dienen, um das dort wieder in einem traumhaft schönen Anblick erscheinen zu lassen, dass es auch den Besuchern zur Verfügung steht. Darüber hinaus stellt der Deutsche Bundestag, die Bundesregierung jährlich 7,5 Millionen Euro zur Verfügung, die nicht kofinanziert werden müssen, um Projekte im laufenden Jahr zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um deutlich zu machen, dass wir in Thüringen eine besondere Landschaft haben, kulturhistorisch bedeutsam sind, weit über die Grenzen unseres Landes hinaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020